Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch und es gibt mal wieder eine neue Folge Renovation RP. Wie immer alle Folgen von Renovation RP in der Playlist. Ja schauen wir mal was heute geht. Ich hoffe mal wir treffen heute auf Helmut. Wir haben ja immer noch das Problem, was zahlt er? Dann haben wir ja noch die Milch und wir haben noch das Mehl. Sollte er immer noch nicht gut zahlen, werde ich ihm vorschlagen. Ich farme für ihn also Milch, Getreide, aber das muss ich heute dann entscheiden. In gut einer Stunde und 20 Minuten ist dann Sonnenwende. Und ich hoffe mal dachte Sonnenwende ist dann der Helmut da. Und jetzt haben wir es gleich auch durchgeladen. Sehr schön. So, Charakter wird geladen. Sehr schön. Erstmal gucken, was auf Twitter los ist. Okay. Okay. Einfach mal gucken, gucken, gucken. Schauen wir mal eben das Mehl. So, was habe ich denn 137? So kann ich auch oben rechts sehen. Mal eben gucken, ob Helmut schon da ist, aber ich denke nicht. Gut. Okay. Da hat es aber ordentlich gescheppert. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber okay. so. Genau. Genau, da seht ihr 209 Fittich Milch. Die könnte ich jetzt auch selber trinken, aber... Nein... Dann fahre ich mal eben zum LSC zum tanken... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 habe ich das auch schon erledigt? So jetzt eben schnell gucken Jetzt fahren wir einmal zum MD hoch Schauen ob da mal jemand ist Wir müssen ein bisschen aufpassen Ja zu schnell fahren sollte ich auch nicht So So einmal Echt rum? So 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 Now So 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 Ebenso. Was haben die gemacht? Also. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Aber okay. Aber lassen wir es mal so stehen. Ich hätte ja fragen können, aber... Ich habe ihn angenehm. Ich habe es noch nicht eingestellt. Ich habe es noch nicht eingestellt. Ich bin gerade sogar ein bisschen. Das ist noch nicht so wichtig. Was ist das? Dann fahren wir eben zum Fire Department Mal schauen ob heute da jemand da ist Dann fahren wir zum Fire Department Alle Wege führen zum Würfelplatz Weil ich bin ja immer noch Mal schauen wir überlegen ob ich zum Fire Department gehe Das Ding ist aber da ist nie jemand Ja 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 So wie es aussieht ist schon wieder keiner da? Ich komme auch immer wenn keiner da ist aber okay Gut Ja 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 Dann würde ich sagen fahren wir wieder zurück zum Würfelplatz Ja 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 Was ist WP? Ach, Würfelplatz, okay, alles klar. Ach, Würfelplatz, okay, alles klar. Würfelplatz, okay, alles klar. Einmal bitte Napolito, danke. Einmal markieren, danke. Ja, wenn der andere Vogel dir nicht helfen will. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ganz ehrlich Darf auch ruhig jeder wissen Das war's für mich Untertitelung des ZDF, 2020 Aha Ah, schön Ja, wenn man das Handy liest, muss man rechts ranfahren, ist wie im wahren Leben Aber es geht um ein bisschen mehr, wie im wahren Leben Und es geht um ein bisschen mehr, wie im wahren Leben So, jetzt ballern wir mal schön wieder zurück. So. Jetzt dürfte rechts gleich da ins Bauhaus kommen. Da wollte ich sowieso mal gucken. Was die hier so im Angebot haben. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Okay, hier kann ich also schon ein bisschen was verkaufen. Aber so wie es aussieht, war es das dann auch? Okay. 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 Oh, wir haben ja schon wieder 18 Uhr 38. 50 Minuten noch dann ist Kaffeepause. Oh, wir haben ja schon wieder 18 Uhr. 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 Okay, Helmut scheint noch nicht Da zu sein Schade 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 So Einmal Würfelplatz Platz Schade 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 Oh, meine Nase juckt aber heute. So, damit sie sieht. Okay, schade, ich habe gedacht, das funktioniert. Es funktioniert nur, wenn die Aufnahme nicht läuft. Mal gucken, ob die anderen da sind. Okay, das war mir auch irgendwie klar. Was jetzt neu sein soll, ist, dass man Autos Probe fahren kann. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Äh, moin. Muss ich mir Sorgen machen? Hm. Ja, ja. 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 Mal gucken, ob es funktioniert. Man hat mir gesagt, es kann ein paar Sekündchen dauern. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Das mit der Propofahrt soll ja funktionieren, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, einmal wieder Würfelplatz. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt noch mal 40 Minuten Pause. Wir rennen in meine Verabschiedungsecke. Und sage Tschau mit Frau Robin, Tschüss.